auf wir fach so wie man mit einem kurzen ausfall kommt müssen doch noch vorne da müssen wir jetzt raus dann hätten wir es geschafft Geschäft verlassen So, was ist da jetzt los? Ja, mach die Augen auf. Ne? Bist du da auch über da? Ja. Ja, nun mal, dann mach die Augen auf. Irgendwas muss hier sein. Das ist nun mal meine Stimme. Ich kann es nicht ändern. Doch, gefährlich bist du für Anna, Alter. Das ist eben meine Stimme. So, rein da. Was fängt Schubi? Was ist denn hier für Anna? Gefährlich, gefährliche Aktion da. So, wenn der Typ dann nämlich sich umdreht, beziehungsweise da nach rechts schaut, können wir da rein stürmen. Jawohl, stürmen. Und dann durch die Tür da gehen und das Schloss knacken. Das ist immer gut. Das machen wir jetzt nämlich. Da sind wir durch. Da sind wir dabei. Was ist jetzt los? Oh Mist, sie sind hier. Drei von Waits Jungs. Sie reden mit den Leuten. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie mich finden. Sie müssen mich hier rausholen. Bitte, in ihrem eigenen Interesse. Bördi, ganz ruhig. Ich bin gleich da. Machen Sie nichts Dummes. Ich werde das regeln. Dann lass uns das regeln. Hallo Chinatown. Chinatown. Und frohes Neujahr. Da geht's rum, ne? Wahnsinn. Okay, da sind zwei... Da sind zwei Jungs von mir an. Schauen wir mal, was wir da hinten haben. Ich bin da hinten. Wo bist du? Ja. Okay, da ist einer. Okay, da ist einer. Nein, hab ich nicht. Dann gehen wir doch mal hinten rum. Niemand muss hungern, es ist reichlich da. Und du her. Hallo. 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 Was ist das für ein Feind da? Da überall die gelben Punkte. Ein Hammer. Die werden mich so wieder entdeckt. Das ist so unglaublich. Ich weiß, was du immer ... Oh, was weisst du nie? Vorsicht! Ja, was haben sie? Sind da wieder die Droge? Weiß das alles? Oh, da ist ein Lüftung geschafft. Schauen wir mal. Und schon wieder ein Lüftung geschafft. Und schon wieder ein Lüftung geschafft, unser Freund. So, was haben wir da? Schauen wir mal. Wo? Du Knastensort. Weil die Akte. Ja, kannst du nicht mehr. Radio-Kollege. Ich glaube, wenn ich sie im Siebten bin. Ja, bis zu den. Ei, ei, ei. Die Akte sollte nicht in falsche Hände geraten. Ja, ich bin zu spät. Ich muss irgendwas zu werfen. Probieren wir es halt. Und dann knäust du noch. Na, geht eh so. Na dann, werden wir da wieder abhauen. Ja, genau. Und schon wieder die Lüftung geschafft. Mit seinem Zippo, das er immer dabei hat. Der Hitman! Hitman! Mäup, mäup! Mäup, mäup! Mäup, 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 mäup! Warum gehst du gedruckt, Kollege? So. Da ist was. Ich glaube, da gibt es einen Fugelfisch. Was ist denn das? Rattengift. Wir haben uns jetzt das Rattengift genommen. Das könnte man theoretisch ins Essen mischen. Das steht hier! Nein, das steht theoretisch praktisch auch. Aber das machen wir. Jawohl, machen wir. Mischen wir das eher mit dem Essen, dann haben wir mal einen erledigt. Aufmachen! Aufmachen! So. Wo hat denn der vorher gegessen? Oh, kein Stink mehr! Bill Dole eliminiert. Wie haben wir das geschafft? Was heißt denn? Die haben auch eliminiert, ohne dass irgendwas gemacht hat. Ey, wo hat denn der das gegessen vorher seit Zeit? Oh, vielleicht ist das ein Stink. So. No way. Bill Dole hat das auch bis. Oh. Oh, ne? Oh. 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 Das war's. Wie komm ich denn jetzt hin? Ja, das ist sicher. Das ist doch sicher. Jo... Oh, naja. Oh, naja. Das ist ja. Die Stink zu bieten. Ja. Oh. Oh. Also, nein. Das incrementiert wir mit der Leuchte. ich habe mich entdeckt, aber es ist egal die Lebensmittel habe ich auf alle Fälle verdieftet, das heißt, der ist am oben hinüber das ist halt das, weil ich als Kopfverkleidung bin, das ist halt scheiße, wenn ich hänge mit der Küche da ist der Typ da ist der Typ geht er hin ja, das ist natürlich mies da ist ein Polizist dahinten ja, ich überlege jetzt, ob ich den Namen verkomme hä? also ja das ist immer so Ja, dann reiten Sie zu, solange das Zeug heizt ist. So, da gehören Sie da noch hin. Gehören hin, da, Kollege. Oh ja. Wie kommst du da durch? Ich glaube. Das ist okay, oder? Nein. Ah, scheiße. Nein, du nennen. Sock da durch. Ah ja. Ist da, lüftet es einfach. Schau mal da mit. Nicht so was. Schau mal da. Schau mal da. Ah. Gehen wir heute da rein? Ja. Kontrollpunkt. Kontrollpunkt ist immer gut. Ja, ja. Ja. Gehen wir da mal auf die Brücke runter. Ja. Aha. Falsche Antwort. Okay, Arschlo. Pass auf. Nochmal für die Schwerhöre. Ja, für eine Schwerhöre. Wo ist der Kerl, den alle verdienen? Nein. Ja, dann haben wir es halt so gemacht, ne? Nein. Ich will meine Silberpauler haben. Da. So. Den Typen wären wir jetzt da drinnen. Loswerden. Und abgestopft. Na. 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 Ah. So. Felt nur mit dem dritten Dude. Der folgt so gleich. Jawohl. So. 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 Jetzt gehen wir zum dritten Dude. Dude. Dude, dude, dude. Dude, dude. Ja, so was dritten Dude. aus die Kürtel nach dem Weg das wäre wir gehen um ein der Weg wenn sie der Weg trat dort Stengler durch ist der Typ und wenn man die Benzinzapf solle manipulieren dann wird er bis in die Luft fliegen auch gleich die Klick und das Haus so Kollege wo sich jetzt ja jetzt macht die Tika aus sehr schön und jetzt radium das Fenster krabbeln Kontrollpunkt aktivieren das Säule servutieren bis der Fertigdruck das ja die Leute hier sagen und dann wieder durchs Fenster raussteigen dann haben wir es geschafft wie viele Lärm Radio um komm schon dreh dich um ich muss nur zu den Birdie finden ja still und heimlich hat er gut gemacht so jetzt müssen wir nur mal warten bis dahinten genau das war ja dann genau zack Frank owns jetzt müssen wir nur mal da verschwinden und zwar durch this door adios bis bald und ciao tschau Er ist mit diesem Cowboy, der ganz übler Zeitgenosse. Wollt'n in die Innenstadt, glaube ich. Zu spät, Simon, fertig. Ich muss tun, was zu tun hilft. Okay, Mr. Wade. Was wollen Sie eigentlich, das Mädchen finden oder jemanden abknallen? Die Zeit läuft. Oh man, der hat uns verraten. So wie ein Dreck, so. Iron Man. Wurfreich, äh, Wurfreichweite. Verkürzt die Nachladezeit, a la Waffen! Waffen! Verringert den Instinktverbrauch von Verschmelzen. Jawohl. Geht von Ziel für's Zielfeuern. Okay. Abgesahnt. Punktemäßig. Hö. 131.000 Punkte, meine Freunde. Meie, ja, hä. So sieht's aus und das nächste Mal sehen wir, was in der Innenstadt dann abgeht. Ab geht's, ab geht's. Drei Tage wach. Jawohl. Also bis zum nächsten Mal, wir sind die Jungs von Outsider Gaming. Gaming. Let's Plays von morgen schon heute von Buck Spencer und Terrence Fail. Fail. Ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Adios.